Also schaut, das ist jetzt Alex, ja? Ihr kennt alle Alex. Das ist Alex ihr Haus. Alex fühlt sich jetzt toll in ihrem Haus. Hey, kannst du das Video auch drehen? Das ist keine Sonne, doch. Doch, aber blau. Sonne. Also wenn ihr denkt, Alex ist behindert oder so, ihr denkt alles falsch. Sonne. Nein. Und ihr läuft auch gerade keine Subber oder so. Sonne. Ich glaube, Alex hat in ihrer Windel gemacht. Ich auch nicht. Das ist mein schnelles. Sonne. 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 Sonne, 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 Sonne. Sonne. Hallo. Hallo. Oh, mir ist so langweilig. Ich muss. Das ist Alex in der Windel. Alex hat ne XXL Windel. Ne Spaß ist meine Jacke. Ich bin mit dem Boden. Ich bin mit dem Kopf. Es ist gleich zu Ende. Magst du uns noch vielleicht was machen?